Ihr könnt endlich wählen gehen. Geil, oder? Egal, wie alt ihr seid. Ihr dürft einfach. Warum habe ich einen HSV-Schal um? Weil ich gestern beim HSV war. Ich habe tatsächlich als Hamburger und eigentlich Dortmund-Fan Karten fürs Stadion bekommen. VIP-Karten, die absolut überteuert sind. Und deswegen habe ich diesen Schal und habe mir einfach überlegt, scheiß Sonne, ich werde ihn tragen. Also, alle, die kein HSV-Fan sind, tja, Kacke für euch. Ihr könnt wählen, Chat. Herzlich willkommen. Ihr habt eine Woche Pause vor mir gehabt. Ich war absolut busy mit Arbeiten. Ihr habt absolut keine Ahnung. Und, wie mein Streamer-Kollege Micky das bereits gesagt hat, ich kriege diesen Sonnenfleck nicht weg. Ihr müsst damit leben. Wenn ihr wollt, dass ich weiterhin Videos und Streams mache, dann müsst ihr mir spenden, weil dann machen wir den längsten Sabaton aller Zeiten. Und wenn ihr das nicht wollt, dann höre ich halt damit auf, weil... Ihr könnt abstimmen, abwählen, wählen. Ich zeige euch was Geiles. Ich will ehrlich sein, ich weiß gar nicht, warum ich auf dieses Thema mit Micky gerade kam. Aber ist auch egal, wer sich so verhält, hat es verdient, auch mal eine Flanke zu bekommen. Ihr habt eure Controller eingeschickt und könnt offiziell unten in den Kommentaren, werdet ihr vier Kommentare finden mit den Nummern 1234. Das hier ist Controller Nummer 1. Und ihr könnt abstimmen, welcher dieser Controller dauerhaft bei meinem Controllerpartner OMGN, Marcel, der gute Mann, macht Handmade-Controller komplett in Deutschland für euch. Jeder Controller ist explizit so, wie ihr ihn bestellt, handgemacht. Es gibt nichts Fertiges, nichts Massenware, kein gar nichts. Und ihr habt abgestimmt, oder ihr sollt jetzt abstimmen, welcher dieser Controller dauerhaft auf der Homepage so kaufbar ist. Und derjenige, der es eingeschickt hat, kriegt ihn dann geschenkt, umsonst sozusagen von uns. Wir haben die ganzen Einsendungen bekommen. Das ist Controller Nummer 1, gefällt mir sehr, sehr gut. Miami Vice-Setting so ein bisschen. Das Zweite ist der hier, finde ich persönlich richtig heftig. Da wart ihr auch richtig kreativ. Ich bin richtig stolz auf euch, dass ihr da so kreativ wart. Finde ich auch geil mit den einzelnen Worten drauf. Ich darf jetzt nicht alle wiederholen wegen YouTube-Monetisierung. Das ist Controller Nummer 2. Controller Nummer 3 ist vielleicht sogar mein heimlicher Favorite. Ich liebe die Farbe Türkis und ich finde, Türkis und Lila passt immer einfach richtig heftig zusammen. Das ist Controller Nummer 3. Und der letzte, und ich muss sagen, es ist mein Favorite, weil ich habe ihn nicht gemacht. Ich bin dafür nicht kreativ genug. Ich weiß, wer ihn gemacht hat, deswegen ganz lieber Gruß dazu. Das ist Controller Nummer 4. Finde ich natürlich mega geil. Habe auch überlegt, ob ich Marcel sage, ich möchte den so für mich gerne haben. Ich weiß es noch nicht. Gerade jetzt, wo Rebirth, und das ist ja das Hauptthema des Videos heute wieder da ist, ist es einfach, Controller ist Liebe. Und ich liebe Tarkov, ich liebe Maus- und Tastatur spielen. Aber ein Controller in der Hand haben ist einfach für mich immer was Besonderes. Also das ist Controller Nummer 4. Ihr dürft einfach unten kommentieren, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, die vier Kommentare, Controller 1, 2, 3, 4 sind unten. Einfach den Kommentar mit dem Controller liken, den ihr am meisten feiert. Und wir werden dann entsprechend einen verschenken. Als Dankeschön sozusagen. Das Ganze geht eine Woche. Bis nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr. Ganz viel Glück. Wenn ihr Fragen habt, schreibt hier unten rein. Ich muss diesen Schal abmachen, weil A, mein Dortmunder Herz blutet und B, es ist scheiße warm. Mega geiles Wetter. Also, ja, ich weiß, als Dortmunder darf man nicht einen anderen Schal tragen. Aber ich meine, ich bin Ur-Hamburger und ich finde, wenn man dann ins Stadion geht, darf man den auch mal tragen. Außerdem, ich kenne so ziemlich jeden HSV-Song auswendig in den letzten Jahren, weil ich so oft da auf den Boden wirft man Schals nicht. Er kommt zu den anderen Controllern hinter mir. Leute, Rebirth Island ist wieder da. Und es ist die absolute Rettung für dieses langweilige COD-Jahr. Also, MB3 ist besser als MB2. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Aber, seien wir ehrlich, nachdem ich jetzt nun relativ zügig die Tarnung voll hatte und Zombies, auch wenn es cool ist dieses Jahr, nicht unbedingt mein Favorite-Game-Modus ist, war für mich in COD absolut nichts zu tun. Was halt dafür gesorgt hat, dass ich eben umso mehr Zeit für Tarkov hatte, was mich sehr, sehr glücklich geschätzt hat. Aber, Fortunes Keep kam ja so vor vier Wochen ungefähr, fünf Wochen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Fortunes Keep ist der... Wie soll man das sagen? Fortunes Keep ist so wie der kleine, hässlige Bruder von der richtig geilen Schwester. Ihr gebt euch mit dem kleinen Bruder ab, aber eigentlich nur, weil ihr an die große Schwester ran wollt. Und genauso ist Fortunes Keep im Verhältnis zu Rebirth Island. Ich habe euch so ein bisschen hier Rebirth von unserer ersten Gaming-Session letzte Woche reingeschnitten. Jetzt nichts Atemberaubendes. Ich muss dem nach einem Jahr erstmal wieder reinkommen. Und Rebirth, es fühlt sich unfassbar gut an. Es fühlt sich an wie früher. Movement ist ein müh langsamer, würde ich sagen. Das macht aber gar nichts. Es ist immer noch auf einem guten Pace. Man kann immer noch sehr gut spielen. Mit Stims kann man immer noch Plays machen. Von Rebirth Island ist mal wieder, und das ist eigentlich so schade, die Rettung. Von Dale Resurgence, ich weiß nicht, wer von euch das gespielt hat, war, wenn ich ehrlich bin, eine absolute Zumutung. Also Ashika Island, absolute Zumutung. Und Rebirth Island ist einfach vom Gameplay-Aspekt, vom Map-Design, vom Gameflow, von den Wegen, wie man Plays hitten kann, vom Pace des gesamten Games auf der Karte, das Nonplusultra. Ich bin heilfroh, dass wir es wieder haben. Dadurch, dass Ranked auch auf Rebirth läuft, suggeriert das für mich, dass wir Rebirth auf jeden Fall die nächsten Monate behalten werden. Ich werde es jetzt nicht sieben Tage die Woche zocken, aber ich habe endlich diese Alternative zu Tarkov, wo ich zwischendurch eben mal eine Tarkov-Tagpause machen kann und Rebirth zocken kann. Und da wird massig geballert. Unter anderem heute ab 19 Uhr. Das heißt, wenn ihr nach dem Video Bock habt, Rebirth zu gucken und mit uns zu quatschen und so, einfach vorbeikommen. Und so wie es aussieht, sind sogar Gamefights gefunden worden für Verdansk in Season 4 von MV3. Das wurde jetzt schon öfter mal gefunden. Irgendwie ist diese Karte so noch nie reaktiviert worden. Es wird nicht dasselbe Verdansk-Feeling sein, was wir früher alle hatten. Also ich weiß, dass viele da so ein bisschen nostalgisch irgendwie veranlagt sind. Aber sollten sie wirklich Verdansk nochmal zurückbringen und jetzt Rebirth behalten, hätten sie vieles richtig gemacht. Was allerdings, und das muss man immer dazu sagen, auch ein Armutszeugnis ist, dass man all die alten Sachen, die man vor Jahren schon hatte, wiederbringen muss, damit die Leute Interesse an deinem Game haben. Was ja eigentlich nur bedeutet, dass die, die die Games jetzt machen und die Map-Designs, alle scheiße sind. Also ist ja einfach so. Ashika Island ist scheiße, Vondel ist scheiße, Fortune's Keep ist okay, Rebirth Island ist top, Verdansk war top, Caldera war... Und generell muss man auch dazu sagen, dass jetzt halt diese richtig spannende Phase kommt. Weil jetzt ist Anfang, Mitte April. In der Regel kriegen wir die richtigen, richtigen Leaks, die auch wirklich was mit dem fertigen Game am Ende vom nächsten COD zu tun haben. Immer so Mai, April, Mai, Juni. Da sind wir jetzt bald. Angeblich X-Defined Release irgendwie jetzt nächsten Monat. Aber das habe ich schon so oft gehört, da gebe ich schon gar nichts mehr drauf. Und ich persönlich freue mich einfach auf diesen neuen Black Ops-Teil, der kommt. In der Hoffnung, dass sie Black Ops abschließen damit. Und dass man wirklich merkt, dass sie an Game Design und am Game das erste Mal seit Ewigkeiten wirklich drei Jahre Entwicklungszeit hatten. Ist bei Treyarch in den letzten acht Jahren nie so gewesen. Es war alles Cold War, wurde von Sledgehammer Games übernommen. Black Ops 4 wurde zur Hälfte gecuttet. Dann musste Blackout dazukommen, was Blackout war Liebe einfach. Jedes Mal, wenn sie irgendein Game gemacht haben, sind sie von Activision irgendwie mit so einem Stock abgeworfen worden. Und mussten sich irgendwie retten und haben das getan. Ich freue mich sehr drauf. Es kann eine absolute Enttäuschung werden. Aber so lange ist es einfach so. Rebirth Island bockt. Und ich kann es euch jedem nur empfehlen. Zockt es. Nutzt es aus. Es ist Fast Pace. Es ist schnell. Es ist Rebirth war damals Liebe. Und es ist heute einfach immer noch. Und ja, ansonsten abstimmen. Eigentlich ein entspanntes Video heute. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich genieße jetzt noch ein bisschen Sonne heute. Bis später.